Ich schaue, hier ist die Straße. Ich mache jetzt mal die Karte kurz auf. Wir gehen Richtung Süden, die Straße Richtung Süden entlang. Im Norden bin ich gekommen, da war nicht viel. Müllsecke auch immer gucken, da kann auch ein Koks drin sein, da habe ich auch schon mal hinkommen. Da ist die andere Hütte, wo wir vorhin drin waren. Bist du noch hinter mir? Ja. Wie ist die Uhr? 13 Uhr. Da vorne ist ein Zombie. Ich mache jetzt schnell platt. Dann trennt er uns wieder 100 Jahre in die Zappel in der Runde um. Ja man. Wohlbeschänden Obergrenze so maximale. Der lebt noch. Jetzt ne. Doch immer noch. Ich gehe mit dem auch. Aber ich glaube ne. Ich werde jetzt weg werden. Jetzt ist er tot. Hey jetzt, ey. Wieder nichts drin. Okay, weiter. Wie viel Wohlbefinden hast du eigentlich noch? Wohlbefinden? Ja, deine Gesundheit. Oh, da ist ein Hirsch. 70. Alter, warte, da vorne ist ein Hirsch. Wo? Da bei dem Haupt, bei dem. Oh ja. Ah, ich habe daneben geschossen. Ich habe nur noch einen Pfeil, Mann. Und wieder daneben, nicht? Egal. Ja, den kriegen wir doch nicht so weg. Da ist ne Hütte übrigens wieder, gell? Mit zwei Zombies. Glock mal einen her. Wo bist'n du? Ich hole mir den Hirsch. Nee, lass lieber den Zombie, Mann. Komm, hilf mir mal. Lähmung, Alter. Ich gebe dich gleich Lähmung mehr. Er liebt noch. Boah, ich verblute. Ich muss mich mal gehen, aber... Jo. Entschuldigung. Nix passiert. Geh weg. Er ist schon tot. Okay. Boah, ich habe jetzt meinen Medizinbeutel nicht dabei, oder? Ah doch, hier. Erste-Hilfe-Verband. Ich bin gleich tot, Mann, wenn ich den nicht anleg. Da vorne hat's auch noch. Ey, wir müssen so aufpassen, ey, wenn wir irgendwann keinen Verband mehr haben. Da sind noch mehrere. Da kriegt er auch noch mal einen auf dem Boden rum. Mein Bein ist so staub, du brauchst eine Schiene. Oh, Mann, die Kalter. Es geht schon wieder gut los. Wie konnte man eine Schiene herstellen? Ja, mit Holz und Stofffetzen, glaube ich, war das. Warte mal, bitte. Du kannst auch nicht mehr rennen, oder? Doch. Aber ich brauche, oder? Hast du Stofffetzen? Fertigung. Einen Stofffetzen bräuchte ich. Einen Stofffetzen? Ja, warte mal, ich kann doch eine Jacke. Ich kann noch eine Jacke. Karte. Charakter. Warte mal, ich kann doch nicht feiern. Ja, allerdings. Scheiße. Warte, ich zerleg, ich zerleg ein... Jetzt habe ich zwei Stofffetzen. Ich kann jetzt mal eine Schiene herstellen. Wie lege ich die an? Mit Dreieck, oder? Benutzen. Ja, einfach draufdrücken, eigentlich. Nee. So, was sagt er jetzt geschlossen? Komm her, bitte. Komm her, bitte. Bist du auch verletzt, oder was? Äh, aber ich habe schon genommen. Wat slap da rum ... Du kannst es dir sagen, wahnsinnig. Seine Karreweiser Kuppé hat zum Haus nichts. So war nur eine Leiche. Ja, nein leider. Keinen Kochtopf, das geht sogar. Warte, hier ist noch ein Rucksack. Oh Mann, der Scheiße, Mann. Zurückgelassen am Müll. Wollen wir noch ein bisschen weiter gehen oder zurück zum Haus? Noch ein bisschen weiter gehen, oder? Untertitelung des ZDF für funk, 2017